hallo und herzlich willkommen zu let's oracle dm 2012 deutschland italien dieses mal und wir sind natürlich alle für deutschland ich lasse die kuh auch direkt mal wieder los ja wir sind immer noch alleine hier keiner zeit naja egal so los gut du weißt wo du hin musst du weißt es ganz genau kein grund jetzt in der ecke zu kommen ja ja nein ja du kannst jetzt auch rauskommen hier ist niemand da kommt auch kein böser patrick und schlachtet dich ist natürlich noch nie passiert ja ja deutschland ja gute kuh gute milchkuh dafür wirst du weil sie nicht nicht geschlachtet ja wenn du jetzt noch reingehst was nein so eigentlich sind die zehn sekunden regel die die zehn sekunden weiter die sind ja eigentlich schon rum ne und es kann ja nur einer gewinnen vielleicht wird es vielleicht wird knapp oder so vielleicht bedeutet das auch elf meter schießen woran ich irgendwie nicht glaube wobei ich kann das spiel echt schwer einschätzen okay anscheinend wird es elf meter schießen aber deutschland hat sie zuerst genommen es wird spannend leute nicht eindeutig das ergebnis ich bin ja für deutschland ich glaube auch deutschland wird das schaffen natürlich ja alles klar dann sieht man sich wohl im nächsten video wieder und zwar im final video sind wir auch gespannt also haut rein Leute viel spaß beim fußball gucken haut rein